Bündigdorfen, Gleis 2, Trostberg über Gachinande-Altz, Gleis 4, Landshut über der Marktsamt 2, Vilsbiburg, Gleis 6, Passau Hauptbahnhof über Eckenfelden, Verkirchen, Bad Birnbach, Pogging, Gleis 7 und Burghausen über Tüssling, Aldötting, Gleis 1. Bitte achten Sie beim Umsteigen auch auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Das Logo-Zugpersonal der Südostbayernbahn verabschiedet sich nun von Ihnen. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterreise und einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Nächste Halte in Kürze in Mühldorf, dieser Zug endet dort. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Der Ausstieg in Mühldorf befindet sich in Fahrtrichtung links. Der Ausstieg in Mühldorf befindet sich in Fahrtrichtung. Der Ausstieg in Mühldorf befindet sich in Fahrtrichtung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020